Ich glaube auch, was da vielleicht so als visuelle Metapher, ich meine, das wird auch immer wieder genutzt, ich meine, das ist vielleicht nicht mehr so als große Überschrift nutzbar, weil es einfach viele einzelne Konzepte gibt, aber dieses klassische Leading from behind ist ja natürlich auch ein sehr schönes Bild, weil alles, was du jetzt quasi in den Beispielen gebracht hast, passt für mich da super hinein, weil das Ziel im Führungsverständnis oder bei Führungskräften muss ja nicht sein, dass ich vorne stehe und mein gesamtes Team den Berg hinauf ziehen muss oder möchte, sondern das Ziel muss sein, dass ich hinter meinem Team in Ruhe hinterhergehe und maximal quasi dort die Anleitungen gebe und wenn jemand zurückfällt, dann bringe ich den wieder zum Team dazu, dass wir uns quasi vorwärts bewegen, aber ich stehe nur hinten. Ich habe nichts damit zu tun, wie schnell wir uns da nach, oder nicht nichts, aber ich werde nicht aktiv ziehen, dass da alle hochkommen, sondern maximal, und ich finde das auch so ein, eigentlich ein nettes Bild, ich werde maximal pushen von hinten, dass es wieder weitergeht, aber selbst da ist für mich zumindest in meinem Kopf, ist da ein anderer Zugang drin als ziehen. Ziehen ist immer so ein, ah, die anderen sind so schlecht und ich muss die quasi mitziehen und das von hinten quasi andrücken ist ja genau das, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, also das Führungskraft ist ja die Aufgabe, die wesentliche Aufgabe ist es quasi zu unterstützen. Du möchtest, dass dein Team bestmöglich funktioniert, du möchtest, dass deine Mitarbeitenden bestmöglich, wie wir es auch immer sagen, idealerweise ihr gesamtes Arbeit und Leben hinbekommen, weil einfach die Dinge so verzahnt sind. Und da ist natürlich, das finde ich auch so ein wichtiges Führungsverständnis, dass man mit dem in solche Problemstellungen hineingeht, mit der wir auch quasi angefangen haben heute mit, ja okay, was ist, wenn ich dieses Problem habe, dass ich als Führungskraft das Gefühl habe, alle sind zu passiv, dann kann ich mit der Perspektive von Nerv, ich möchte eben das Team unterstützen, kann ich einen anderen Problemlösezugang wählen. und dann kann ich mit der Perspektive von Nerv und Nerv und Nerv und Nerv und Nerv und Nerv